Hey, ich weiß eine Methode die Mutanten zu ärgern. Wir kidnappen ihre Anführer. Wir halten zwei im Norden in einem Durchgangslager gefangen. Aber die Mutanten wollen sie bald befreien. Also bringen wir sie zu einem besser gesicherten Lager im Osten. Zwei Sachen noch. Sie brauchen mindestens einen Heli für die Anführer. Ohne einen Helikopter scheitert ihre Mission mit Sicherheit und sie verärgern mich. Und es gibt kein Öl. Mit den Ressourcen die wir ihnen geben müssen sie auskommen. Was zum Teufel? Klar doch. Klar doch. Okay. Unterwegs. Ja. Ja. Okay. Was zum Teufel? Neues Gebäude errichtet. Forschung eingeleitet. Ja. Klar doch. Klar doch. Ja. Unterwegs. Ja. Forschung abgeschlossen. Klar doch. Klar doch. Klar doch. Klar doch. Klar doch. klar doch klar doch klar doch ja klar doch unterwegs klar doch klar doch unterwegs forschung eingeleitet was zum teufel Klar doch. Unterwegs. Klar doch. Forschung abgeschlossen. Klar doch. Neues Gebäude errichtet. Neues Gebäude errichtet. Klar doch. Ja. Ja, okay. Klar doch. Ja, was zum Teufel. Klar doch. Klar doch. Klar doch. Klar doch. Unterwegs. Ja. Unterwegs. Ja. Klar doch. Ja. Was zum Teufel. Unterwegs. Klar doch. Okay. Unterwegs. Unterwegs. Neues Gebäude errichtet. Neues Gebäude errichtet. Ja. Forschung eingeleitet. Okay. Unterwegs. Ja. Was zum Teufel. Was zum Teufel. Vielen Dank.